Hier drin ist dann Aerobik. Hier sind die ganzen Aerobik-Aktivitäten im Club Magic Life Kalawi. Hier wird dann ordentlich Gas gegeben, Aerobik gemacht und viele andere Kurse angegeben. Wer hier richtig aktiv sein möchte, ist hier genau richtig. Hier geht es jetzt von den Wohnbereichen von Club Magic Life Kalawi raus. Hier ist dann einmal der Steg. Wenn ihr diesen Steg hier entlang lauft und vorne dann an der Tauchstation seid, da ist es so, da kann geschnorchelt getaucht werden, da kommt echt jeder hier total auf seine Kosten. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ihr hier rum geht, hier unten ist dann der Strandabschnitt von Magic Life, wo auch Liegen sind, Schirmchen sind. Ganz, ganz toll und es ist direkt unterhalb von der Poolanlage. Die habt ihr hier, die Poolanlage, hier hinten im Hintergrund. Und davor habt ihr direkt den Strandabschnitt. Wirklich traumhaft schön, ob man einen Tag am Strand genießen möchte, tauchen oder schnorcheln möchte. Also der Magic Life ist wirklich hier, der ist für jeden was. Also ob wirklich für Familien, für Aktivurlauber, einfach nur genial. Wenn ihr mehr Informationen zu dem Club Magic Life haben möchtet, könnt ihr gerne bei uns im Reisebüro vorbeischauen oder uns eine E-Mail auf info.fella.de schicken. Da können wir euch ein persönliches Angebot hier zum Club Magic Life erstellen. So, das hier ist jetzt der Relax Pool oder der Ruhepool im Club Magic Life Palabi in Ägypten. Hier dürfen keine Kinder zum einen sich aufhalten, zum anderen ist es hier wirklich so, dass die Animation und sonst auch hier vom Wellnessbereich niemand hier die Leute ansprechen darf. Das heißt, man hat hier wirklich einfach seine Ruhe und kann den Tag genießen, relaxen, ja. Ich kann hier in der Sonne ein bisschen schlafen, ein bisschen, ja, einfach die Zeit vertreiben, sich's gut gehen lassen und sich verwöhnen lassen. So, das ist jetzt hier der Strandabschnitt. Was ich total schön finde, sind diese kleinen Abtrennungen hier, die an jedem Schirm dabei sind. Unter jedem Schirm sind zwei Liegen, auch unheimlich, wenn ihr richtig hinschaut, unheimlich schöne Liegen mit ganz, ganz dicken Polstern, also wirklich ganz toll. Und ja, mit dieser Abtrennung ist es auch so, dass Sichtschutz ist, dass Windschutz ist, also ich finde es wirklich super schön. Und dann ist hier unten auch direkt nochmal eine Strandbar. Oben habe ich euch die Poolbar schon gezeigt und hier unten ist dann die Strandbar. Hier ist dann das Handtuchhäuschen auch. Und da vorne ist die Strandbaden, Club Magic Life Calabi. So, hier, das ist jetzt das Spezialitätenrestaurant, das italienische, wo man einmal pro Aufenthalt sich einen Tisch reservieren kann, kostenlos. Ja, hier habt ihr wirklich, also wenn ihr hier abends draußen sitzen tut, habt ihr einen traumhaft tollen Blick hier auf die Bucht und auf den Strandabschnitt von Magic Life Calabi. Und also wirklich, man sitzt hier ganz, ganz toll beim Gläschen Rotwein abends und kann es sich gut gehen lassen. So, hier ist jetzt dann die Tauchschule im Club Magic Life Calabi. Wo sich getroffen wird, besprochen wird, ja, Kurse abgehalten werden, wo die Flaschen aufgefüllt werden. Also wirklich ganz, ganz toll. Also der Club ist einfach nur, ja, super, super schön. Hier ist das Ganze dann nochmal in verschiedenen Zonen aufgeteilt. Einmal in selbstständige Taucher, dann in das Haustreff hier. Und ja, hier wird einem geholfen bei allen Fragen. Und hier ist auch noch das Katzenhaus, ist hier vorne im Magic Life, wo die Kids ganz verrückt drauf sind, Katzen zu streicheln hier. Dann ist hier auch gleich die Quad Station, wo man sich Quad ausleihen kann. Und hier einfach, ja, durch die Gegend düsen kann mit dem Quad. Der Eingang vom indischen Spezialitäten-Restaurant Taj Mahal. Hier kann man auch bei jedem Aufenthalt einmal sich einen Tisch hier buchen und ja, indische Spezialitäten hier genießen. Hier im Magic Life Club und im Taj Mahal. Hier ist jetzt das Tennis-Haus, wo man die Schläge reparieren kann und auch sein Tennis-Zubehör lagern kann. Und dann sind hier die vier Golf-Plätze von Magic Life, äh, Tennis-Plätze von Magic Life Calabi. Hier werden dreimal täglich Kurse angeboten. Einmal für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis. Ich bin der Matthias. Ich zeige euch hier den ganzen Club, zeige euch die ganzen Aktivitäten, was man hier machen kann. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf feller.de gehen oder direkt zu uns ins Reisebüro in Hammelburg kommen. Und dann seht ihr weitere Videos und natürlich auch eine super tolle Beratung. So, hier ist dann das Bogenschießen im Magic Life. Hier werden auch dreimal täglich Kurse angeboten. Hier ist jetzt gerade für die Kinder Bogenschießen. Ja, wie gesagt, man kann hier unheimlich viele Aktivitäten machen. Ich zeige euch nachher noch Pferdereiten und viele, viele andere Sachen. Und der Club ist auch wirklich super schön. Die Anlage ist total gepflegt, weitläufig, unheimlich grün und wirklich einfach nur raumhaft schön. Diesen Tag haben wir unsere Gotti-Weiß-Weltagina, weil das dann nicht gut ist. Hier ist dann direkt das Volleyballfeld. Dort gibt es dann auch zwei mal eine Aktivität, einmal vormittags, einmal nachmittags. Man kann sich aber auf jeder Zeit den Ball ausleihen und selber sparen. Hier, das ist der Fußballplatz im Club Kalabi Magic Life in Ägypten, wo man hier als Erwachsener oder als Kinder super schön Fußball spielen kann. Da sind die großen Tore und da sind auch kleine Tore. Hier sind wir in den Village-Bereichen vom Club Kalabi Magic Life in Ägypten. Total schön, alles mit Blumen, also wirklich ein Blumenmeer an jedem Balkon. Und hier geht es dann weiter zu den anderen Zimmern. Wirklich eine traumhaft schöne Anlage, sehr gepflegt, sehr, sehr sauber und wirklich für Aktivitäten, jegliche Sportarten einfach super geeignet. Für Cluburlauber oder für Familien wirklich der ideale Platz hier in Ägypten. Hier ist jetzt die Poolbar im Club Kalabi Magic Life. Hier in Ägypten, total schön. Und die ist direkt hier am Rutschenpool, der hier ist, also hier ist auch für die Kinder schön was geboten. Dann ist hier zusätzlich eine zweite Handtuchstation, ist hier auch hier unten, dass man nicht zu dem anderen Pool mit hin muss. Und traumhaft schöne Liegen hier überall. Mehr Informationen über den Club Kalabi Magic Life bekommt ihr bei uns im Reisebüro oder unter www.fella.de. So, hier sind wir im Magic Life Club Kalabi in Ägypten. Das ist jetzt ein Standard-Doppelzimmer mit Meerblick. Geräumiges Bad. Und hier vorne dann der Schlafbereich, kleine Sitzecke, Fernseh. Und hier ein traumhaft schöner Blick wirklich direkt raus aufs Meer. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf www.fella.de nachschauen. Das ist jetzt ein Familienzimmer im Kalabi, im Club Magic Life. Hier ist dann Platz für die Kinder zum Schlafen. Dann ist hier in der Mitte das Badezimmer. Und hier vorne ist dann das Schlafzimmer für die Eltern. Auch wieder eine kleine Sitzecke. Dann ist hier der Fernseher. Und dann habt ihr hier wirklich noch eine super schöne kleine Terrasse, wo man auch drauf sitzen kann und hier wirklich den Blick aufs Meer genießen kann. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir unten drücken und dann seht ihr weitere Videos von uns. Hier hinten ist das Sissi Café, wo es die Wiener Spezialitäten gibt, Kaffeespezialitäten gibt. Das ist hier hinten im hinteren Bereich. Und da kann man hier in diesen Lourdes wunderschön seinen Kaffee, sein Gebäck genießen und hat hier einen Ausblick auf diese künstlich angelegte Lagune. Hier mitten im Club Magic Life Kalabi in Ägypten. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf www.fella.de schauen oder hier weitere Videos. Wenn ihr gefällt mir, gibt es den Kanal von uns abonniert. Und dann seht ihr alle anderen Videos vom Club Magic Life Kalabi, von anderen Hotels in Ägypten und von den ganzen Hotels weltweit. So, das ist jetzt das offene Amphitheater im Magic Life Club Kalabi in Ägypten. Hier ist dann abends Show, Tanz, Gesang und ganz, ganz viele verschiedene Shows werden hier gezeigt, jeden Abend. Und wenn ihr mehr vom Club sehen möchtet, könnt ihr einfach die weiteren Videos anschauen und hier unter www.fella.de oder hier gefällt mir drücken und dann seht ihr die anderen Videos. Hier ist eine kleine Shopping Mall. Hier ist die Club Lounge. Und hier ist eine kleine Shopping Mall. Alles das hier im Magic Life Kalabi in Ägypten. Hier ist die Club Lounge. Hier oben ist das Fitnessstudio, weil man draußen sitzen kann. Und hier oben ist die Club Lounge. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.